Schöne, gepflegte Fingernägel. Ein Traum für jede Frau. Dafür gibt man schon mal ein kleines Vermögen aus. Aber bei uns gibt's wunderbare Nägel heute zum Hammerpreis. Nagelbehandlung All-Inclusive für nur 9,99 Euro. Das bietet dieses Kölner Nagelstudio. Die Kundin sitzt schon und die Nagelpflegerin, unser Lockvogel, begrüßt Sie zur Spezialbehandlung. Dann würde ich sagen, fangen wir mit einer wunderbaren Nagelbartbehandlung an. Das ist ein Serum, ein Waldmeister-Serum. Und wir haben da einige Auszüge. Das ist von einem Bison. Das ist Bison Spermatorium. Ich weiß nicht, kennen Sie Spermatorium? Nein. Das ist ein Sekret von dem Bison oder von dem Büffel. Wir arbeiten auch mit dem Hochwild zusammen sozusagen. Also Nasensekret von Giraffen sind da drin. Eidechsengrütze, das ist auch so eine Art Erbrochenes. Boah, ist ja krass. Riecht lecker. Schmeckt doch gut. Das ist gut. Das war jetzt echt gut. Sie können auch mal gerne probieren. Nee, danke. Das ist nicht schlimm. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel jetzt in Zeitdruck ist, Sie lassen Ihre Nägel hier und wir behandeln die hier und dann holen Sie die wieder ab. Nagel auf Urlaub. Können Sie sich ja überlegen. Aber wie wollen Sie das immer? Ich verstehe das irgendwie nicht. Die Zange, dann ziehe ich Ihnen die Nägel. Das ist nur meine. Sie kriegen die morgen wieder? Ich muss sie heute gemacht haben, weil morgen hat mein Mann Geburtstag. Wir haben auch die Möglichkeit, die über E-Mail zu schicken oder über Express overnight. Man kann die auch zusammen ein Paketchen machen und ich faxe Ihnen rüber, geht ja auch. Aber heute geht es auf jeden Fall nicht. Heute geht es nicht? Nein. Dann darf ich Ihnen unser super Gerät vorstellen. Das ist der VSS 2010. Das ist aus Amerika ein ganz, ganz neues Gerät, das die Arbeiten übernimmt, die wir sonst manuell an ihren Händen vornehmen, diese Grundbehandlungen. Und dann langsam den rechten Arm hineingeben. So, dann starte ich die Maschine. Der kann 10.000 Arbeitsschritte, was wir so machen mit Pfeilen und Behandeln. 10.000 in einer Sekunde. Mhm. Wie viel Nullen hat 10.000? Sagen Sie, 10.000, wie viel Nullen? Ja, 10. 10.000, ne? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn. Und was fühlen Sie? Die Hand wird mal von unten massiert. Ist angenehm. Die Hände schon, das massieren alles. Schön, schön. Oh, ne, das möchte ich nicht. Den rechten Arm. Ich trau dem Ding nicht. Und da glauben Sie auch, da massiert einer, ne? Und das ist auch... Huh? Sehen Sie, es kommt halt von unten. Was passiert? Was ist das in der Hand? Das ist eine Roboterhand. Oh, Pinselchen. Nasses Pinselchen. Nasses Pinselchen. Ah! Soll ich ihn ganz runterschalten? Es zaubert ein Lächeln auf Ihre Nägel. Sie werden ja ganz rot. Jetzt ist die Hand dran. Jetzt wird die Hand eingeölt, eingecremt oder eingewaschen. Keine Ahnung. Ja, das sind die Sachsäure. Aber wenn Sie, ganz ehrlich, es ist, als ob Sie meinen, da sitzt ein kleiner Mann drin und meint dann. Darf ich auch ganz stören? Aber selbstverständlich. Vielleicht einen kleinen Moment, mich ganz kurz dazwischen noch rauszunehmen. Ist das möglich? Dürfte ich den Herrn dazwischen nehmen? Ich sehe gerade, es sind nur drei Minuten angezeigt. Ja. Sind Sie prominent? Normalerweise haben Sie... Ich? Nein, um Gott's Willen. Sind Sie nicht? Ja, ich gerne. Aber bin ich nicht. Jetzt mal ehrlich, wer so aussieht, der ist doch prominent. Glaube ich auch. Eine normale Hausfrau. Oh, jetzt weiß ich, woher Sie gehen. Hören Sie von der Sendung, verstehen Sie Spaß? Nein. Doch, bestimmt. Da waren Sie, sind Sie dabei? Nein, auch nicht. Dann brauchen Sie doch mal Opfer. In der Sendung, verstehen Sie Spaß? Ja, Frauen, Ende, aus. Verstehen Sie denn Spaß? Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen in der Sendung, verstehen Sie Spaß? Sie sitzen nämlich mittendrin. Mittendrin. Verdammt.